Oh man, Peter, ich muss dir voll das heftige Geheimnis erzählen. Say what? Also, da gibt es doch diesen... Was ist das? Hm, es kommt von dort. Mach ich meinen Job kurz? Okay, was war das? Jacko? Jacko, wo bist du? Jacko! Das war alles nur ein Traum. Ach, denkst du das? Was? Was zum? Wird Peter den Kampf gegen Badnison gewinnen? Wird Rostam wieder Triangel spielen? Oder hat Jacko den letzten Keks wirklich gegessen? Das und vieles mehr!